moin moin zu meinem kleinen infovideo ich habe eine gute sowie eine schlechte nachricht die gute zuerst ich habe eine weiterbildung bekommen die über sechs monate geht es vollzeit und beansprucht sehr 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 viel zeit und stress daher muss ich jetzt beziehungsweise kommen wir dann gleich zur schlechten nachricht es werden dadurch daher dass es so viel stress gibt oder kommen wird leider weniger videos kommen bis eventuell sogar gar keine eigentlich schon fast wie jetzt dafür muss ich mich sehr sehr entschuldigen es liegt daran weil ich muss ja auch noch sachen zusammen sammeln und die vorbereitung ist auch ein bisschen sehr gemein und das was ich auch richtig geil finde ist innerhalb dieser maßnahme ist das und hat die die weiterbildung da bekomme ich auch mein autoführerschein bezahlt und ja und daher habe ich leider nicht so viel zeit ich sehe natürlich zu dass dann doch noch mal ein oder zwei videos die woche kommen das tut mir auch wirklich wirklich leid ich hoffe ich werde mich bessern aber ich hoffe ihr freut euch auch für mich dass ich das endlich bekommen habe und ja so weit wollte ich eigentlich nichts mehr erzählen nicht dass ihr euch nachher wundert ich habe nämlich gesehen es sind ein paar zuschauer mehr geworden schade dass ich gerade jetzt wo es mehr geworden sind ein bisschen abspringen muss aber ich muss ja auch was im leben gebacken bekommen sagt man ja immer so gamer und nie leben und ihr wisst hoffentlich was ich mein langer rede kurzer sinn es werden leider weniger videos und ich sehe zu dass ich noch ein paar sachen grill kriege und ja ich kann kein ende sammeln das war schon immer so okay ich hoffe ihr bleibt dabei und wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüssi